Das sieht krass aus, als würdest du da hinkacken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun, acht, neun, zehn. Ach, ich bin ja eine Vollhorste. Geil. Haha, cool, sieht richtig geil aus von hier. Achtung, ich komme. Juhu. Hui. Haha, cool, hast du schnell. Guck mal, wie das aussieht, das ist eine richtige Baustelle. Fischi, 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 was? Mein Wein ist alle, übrigens. Ach, das ist ein Retschding. Ich brauche einen Weinspawner hier irgendwie. Das erklärst du einiges. Oh, oh, Besuch, Achtung. Aber nur einer, nur einer. Nee. Ach du Scheiße, wir müssen wieder ins Wasser. Huch. Ui, hau ab. Arschloch. Äh, au. Ah, fuck. Mann, das war doof. Das war richtig doof von mir gerade. Eine Reaktion von so einer alten Oma. Vor allem hat er Leuchtehände an. Was hat der? Die Hände leuchten von denen. Die Henkel. Was für Henkel? Hände. Ach, Hände. Jetzt ist er platt. Soll ich mal durch diese Dings hier laufen? Ja, eigentlich müsste man mal einen Test machen. Oh, oh. Oh, ja, es funktioniert. Oh, Stoff und lecker, lecker Wein. Schön. Oh, nee, sag ich. Die Flasche ist leer. Scheiße. Du bist so verschwommen. Das ist kein Sinn. Hallo. Hallo. Oh, wir haben Besuch. Und mit diesem Schrei im Hintergrund, wo der auch immer daherkam, ein Hallo und herzlich Willkommen zu, oder beziehungsweise bei The Forest mit dem Lucky Luke, der gerade hier unter... Oh, scheiße. Hörst du das? Ja. Oh, das wäre... Oh, das wäre... Dann nehme ich gleich mal meinen... Nein, also mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, ich, ähm... Ja, genau, mit dem, ähm... Ach, man kennt uns ja. Ist wahrscheinlich egal. Die Sonne geht auf. Ist viel wichtiger. So. Lucky Luke und Maximum. Was ist jetzt hier? Das habe ich mir noch nicht. Jetzt, die sind abgehauen, oder? Die jetzt hin. Ja, die haben Angst vor meinem Flitzebogen. Ja, hätte ich auch. Das hätte ich auch. Ich weiß. Gut, ja. Schließlich habe ich damit auch, äh... Wie heißt der? Wuschikaus getötet. Das, äh, war, äh, Guide of Lines. Aber es kann man schon mal verwechseln, die beiden, ja. Auf jeden Fall von denen. Gut. Weißt du was? Ich mache jetzt mal meine, meine Robes hier leer. Ich wüsste gar nicht, für was man die überhaupt brauchen sollte. Was für sowas hier? Das, äh... Ich habe, was mal auf. Ich habe jetzt hier noch, ähm, 39, äh, Stoff. Die könnte ich alle umwandeln. Fast alle. Ich sage mal, ich lasse mal fünf übrig. Hm. Ähm. Man braucht ziemlich viel für so ein Seil. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ach, ich bin ja eine Vollhorst. Ich muss erst mal meinen, das Seil, was ich... Ja, danke. Das Seil, was ich jetzt hier, äh, gecraftet habe, äh, habe entfernen. Aber, okay, nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, sieben. Sieben, richtig. Eins muss ich wieder wegnehmen. Äh, warte. Okay. So. Äh, warum kann ich das jetzt nicht... Das geht... Ich kann es jetzt nicht mehr vom... Doch, jetzt. Sieben. Also kann ich nur eins... So, jetzt habe ich noch elf. Die lasse ich mal übrig, falls ich einen Molly brauche oder so. Ähm, falls. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Ich mache nur eins. Und jetzt müssen wir auf die andere Seite. So. Okay, dann, äh... Jetzt müssen wir runter hier. Äh? Hast du jetzt... Hast du eins angebaut? Ja. Ich habe noch eins ran gemacht. Alles klar, okay, okay. Äh, ähm, warte mal. Achso, der Timer müsste ich noch starten. Also ich muss... Ich gehe jetzt darüber. Ja. Und, ähm, das... Baue dieses Ding da oben zu Ende. Ich hoffe nur, dass hier jetzt nicht die anderen Typis kommen. Ja. Ich komme mit. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Ein bisschen Verstärkung. Aber ich traue mich nicht, dass das... Was? Sag mal nochmal. Ich nehme schon mal meine Kettensiege. Ja. Genau. Äh, welches Seil hast du denn das genommen? Was ist denn sicherer? Das letzte hier oder das Seil in der Mitte? Das letzte, äh, Mitte, ne? Na, Seil. Ich habe doch zwei, äh, zwei Robes dran. Ja. Na, ich habe, ist egal. Ich komme jetzt, äh... Okay, das ging gut. Ich, ich, ich hocke schon wieder. Ich denke, warum laufe ich denn so langsam? Das ist ja gar nicht. Ich war einmal noch in der Wurststellung. Ja. Wurstdarstellung. Wurstdarstellung, genau. So, hast du denn eine neue Praline probiert? Probiert? Ja, ähm, diesmal war es, äh, Sahne-Nougat. War ganz okay. Oh, Sahne-Nougat hört sich lecker an, ja. Warum da jetzt unbedingt Sahne vorstehen muss, weiß ich nicht. Aber Nougat ist generell so. Das ist mein Ding, so. Ess ich gerne. Äh, ich auch. Nougat sowieso. Ja. Hier stehen ein Haufen Bäume. Das ist... Oh, ein Lohg. Na, Scheiße. Habe gesagt. Äh, der läuft hier im Kreis. Den haue ich doch platt, oder? Komm mal her. Wo ist er denn? Hier, in dem Baum, der... Irgendwo lagen hier Stiggis rum. Wo sind die jetzt hin? Ich seh... Ach, hier. Gut. Sieht aus wie ein Galgen von hier aus. Da fehlt denn da was. Ja, vielleicht so ein bisschen... Irgend so eine Guillotine oder so. Ach. Oh. Haben wir es? Wollen wir gleich das andere Ohr aufbauen? Ja, genau. Wenn wir mal hier drüben sind. Ich nehm mal den anderen Balken noch Wein. Da ist ja nur noch einer, oder? Eigentlich ist es verkehrt rum, ne? Eigentlich ist es verkehrt rum. Wie meinst du denn das? Weil jetzt müsste man... Immer, wenn wir rüber wollen... ... diesen elendigen Weg laufen. Ja, das ist... Ja, es geht aber nicht anders. Wir müssen hier... Ich hab ja gesagt, guck mal, pass mal auf. Wenn ich mich hier hinstelle... Wo ist das? Ich bin dann eine Treppe bauen. Eigentlich müssen wir... Wir machen... Nee, warte mal. Noch ein Seil. Nach oben, ja. Ach nee, noch ein Seil ist unlogisch. Genau, ja, ja. Genau, wäre das gleiche Problem. Ja. Genau. Nee, aber eine Treppe, ja. Die müssten wir da noch hinbauen. Boah. Aber Galoppelheim ist sicher, weil sonst... ... rennt ja uns die wieder um, ne? Ja. Na, da ist von dir nicht sicher, oder? Ich bin froh, dass er da hinten nicht unser... ... unser Gerüst umgerissen hat bisher. Ja, ey, stell mal vor. Generell. Oh, das ist ein Haus. Unsere Butze da hinten. Ja. Oh, weia. Das wäre echt böse. Das wäre echt nicht so schön hier. So, ich sieg mal auch hier um. Nee, ich sieg hier noch in der Treppe. Ja, dann... Den kannst du gleich schnappen. Ist gar nicht. Den Bäumen sparen. Ach so, halt, muss man wieder in Sicherheit gehen. In Deckung. Oh, ich krieg dich. Nein, diesmal nicht. Äh, ja. Hä? Kann man... Ich wollte schon sagen. Oh, ein Hase... Ne, der Hase ist jetzt unwichtig. Ne, säg mal. Ich dachte, du machst jetzt... Du bist ja Sägemann und ich bin ja Tragemann. Wo hast du denn die jetzt angebaut? Na, da unten, die Stützpfeiler. Wieso? Ach, geht ja nicht. Ich hab ja keinen Einfluss drauf. Was? Ach so, auf der anderen Seite bauen wir die gleich mit, oder was? Äh, ach echt jetzt? Ne. Das sieht so aus. Achtung. Bäumchen fällt. Den Fahre ich... mit dem Gesicht gefangen. Facefahre. Hä? Wieso werden das denn nicht weniger Stämme? Na, ich mein, wäre ja an sich nicht so schlecht, dass man, äh, vielleicht auf der anderen Seite... Aber das ist ja unlogisch. Wir bauen hier die ganze Zeit die Stämme an, aber wir haben immer noch 0 von 10. Näh. Jetzt ist doch voll. Ne, bei mir nicht. Bei mir ist immer... Es steht 0 von 10. Ich... Ne. Ich hab nur noch die Robes hier. Bei mir gerade. Jetzt pack. Jetzt hab ich einen Rope rangebaut. Ne, ne. Das Ding ist... Das Ding ist fertig, aber es gibt dieses typische Geräusch natürlich noch nicht, weil das dann ja nicht fertig ist. Ne, bei mir... Also bei mir steht da... Bei allem 0. Äh, ne. Äh, siehst du denn wenigstens das Ding stehen oder auch noch nicht? Also ich mach jetzt... Ja, also den Rohbau... Ohne irgendwas. Äh, was? Den Rohbau ohne irgendwas. Echt jetzt? Nö, bei mir ist er fertig. Mhm. Ich baue mal noch ein paar Seile. Ja, ich hab jetzt... Ich kann keine mehr bauen. Ich hab ja nur noch... Äh, genau. Viermal... Stoff. Ja, schade. Kannst du... Kriegst du die hin? Äh, fertig? Ne, aber... Ne, 14. Ne, 40. Ne, ne. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder auf die Jagd gehen. Mal wieder. Wo ist denn das nächste Dorf? Hier ist ja nicht so weit welche, oder? Vier hab ich nochmal rangekriegt. Ähm. Wollen wir vorher speichern? Ja, wir müssen sowieso, äh, in die Richtung zurück. Dann können wir mal die Seilbahn ausprobieren. Äh, ich hab jetzt hier zwei Loks. Ja. Nein, lass ich die hier liegen, oder? Ja. Äh. Halt. Was zu essen. Ja, ich auch. Ah, ich rutsche erstmal rüber. Das soll eigentlich noch reichen. Ich hab ja... Ich hab ja gar nichts... Ne, also ein vergammeltes Stück Fleisch. Das brauche ich auch nicht mehr. Hm. Ähm, das soll jetzt nur zum Token aufzuhängen. Ja, ja, blöderweise ja. Also wir sammeln jetzt ganz viel Stoff und seine, wenn wir finden. Ja. So viel wir können. Noch keine kleine herstellen. Müsste... Also in dem Dorf, wo wir waren, müsste es eigentlich... ...eigentlich ausreichend Stoff geben. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Das ist, äh... Das wird lustig. Geil. Haha, cool. Sieht richtig geil aus von hier. Jawohl. Sag mal, wenn du drüben bist, dann komm ich auch. Kannst du mich beobachten? Das wird schnell. Ist das drüben? Ja. Ja. Achtung, ich komme. Das ist drüben. Juhu. Hui. Haha, cool. Oh, ist das schnell. Wuhu. Fast gegen die Wand hinten. Ja. Sehr geil. Ja, sehr schön. Ach, cool. Das war eine gute Erfindung, glaube ich. Also eine gute Idee. Richtig. Davon haben wir es ja nicht, aber... Mit der Treppe hier. Geil. Ja, sehr gut. So, noch was essen. Genau. Ich nehme mal hier den letzten Fisch, der hier hängt. Ist das ein Fisch? Ja, ist ein Fisch. Und dann geht's los. Holz haben wir auch schon im Vorrat. Das ist auch sehr gut. Warum kann ich den nicht? Boah. Holz ist voll. Guck mal, wie das aussieht. So eine richtige Baustelle hier. Fischi, Fischi, Fischi. Was? Wir wollten ja speichern, deswegen waren wir hier. Ja, aber ich kann den Fisch nicht nehmen. Das ging doch eben noch. Hat er mir da ansehen. Nee, den konnte ich vorhin auch nicht nehmen, komischerweise. Da war ganz kurz ein Zeichen zu sehen. Warte mal, ich gehe mal in die Knie. Warum bin ich mir in den anderen? Hier, jetzt. Ja, nee. Jetzt geht's. Achtung. Zwischendurch müssen wir ein bisschen Fell. Ah, das. Äh, Fell. Fleisch mitbringen. Äh, ja, ich nehme mir trotzdem mal was kurz mit hier. So einen Haxen hier. Oder einen Fisch. Nein. Doch, zum Mitnehmen in die Tasche. Ja, ja, als Reserve. Falls ich weiß. Aber Schwein kann ich ja nicht mitnehmen. Nee, da ist doch noch ein Fisch. Nimm den Fisch. Ach so. Ja, sehr gut. So, trinken die habe ich. Brauche ich nicht. Habe ich noch meine Flasche? Ja. Wo gehst du denn hin? Hier lang. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch die Mauer bauen müssen. Ach so, ich wollte noch speichern, oder? Habe ich doch. Okay, dann ich nicht. Ach so, du musst ja auch noch mal speichern. Ich muss hier, genau. So. Äh. Da. Okay. Los geht's. Ja, und hier blöde Rüstung. Ich bin so ein bisschen scharpen. Also zu viel Rüstung. Das ist ein Fältchen anziehen. Naja, ja auch nicht. Haben wir ja nicht. Jo. So, wir mussten jetzt hier hinter dem Fluss, den Fluss entlang drücken. Ein bisschen, ja genau. Dann so ein bisschen. Na hier. Gleich hier vorne an der Ecke waren ja auch welche. Äh. Ne? Gleich hier hinten sind glaube ich welche. Mit Stoff ganz viel. Äh, ja. Möglich. Die, äh. Das ist ja markiert. Hinten. Äh, da wo das, ist das nicht da wo das Fähnchen ist? Das ist auch die, klar, klar. Das ist der Höhleneingang, genau. Gleichzeitig. Dieses türkise Rast ist, ne? Ja. Genau. Was, was ist das hier? Ach so. Nichts weiter. Nur ein Pflänzchen. Ein zartes Pflänzchen. Mein Wein ist alle übrigens. Ich brauche ein, äh. Ich brauche ein Wein. Ich brauche ein Weinspawner hier. Das erklärt so einiges. Ja, genau. Oh, Blaubeeren. Oh, irgendwas anderes. Habe ich auch gefunden. Ah, hier weiß ich auch was Blaues, aber keine Bären. Wahrscheinlich ist es Mürre oder sowas. Ah, hier. Blaubeeren. Was? Ja, lecker, lecker, lecker. Blaubeeren. Ja. Äh, rechts weiter war, glaube ich. Ich sehe was. Auf, auf, auf 1. Oh. Wie, oh. Ach du Sch. Ja. Vorhälter uns gesehen, glaube ich, oder? Nee, ich weiß nicht. Ach, da unten, ja. Oh, oh. Jetzt. Ähm. Ich glaube, ja. Komm. Wollen wir in den Schluss? Ja. Kommt die definitiv nicht nach, aber ist das Blöde, ist, wir werden sie auch nicht los. Doch. Auf der anderen Seite. Ja, gut, ja. Das ist echt die einzige Möglichkeit, ne? Ja, ja, die, also, die, die bleiben so lange, bis wir aus dem Wasser kommen, beziehungsweise, also, klar, auf der Seite zumindest. Hä? So. Ich tauche mal ein bisschen. Kann man tauchen? Ach ja, klar, ging ja. Hier müsste da irgendwas zu finden sein, das wäre auch cool, irgendwie, unter Wasser. Mhm. Also, ich weiß, dass es... Ja. 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 Wo schwimmst du denn hin? Äh, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Ich habe das gerade... Nein, nicht zu dem Dorf. Äh, oh, ein Lohg am Land, äh, am Ufer. Ne, ist ein Krokodil, oder? Oh. Ne, ist ein Lohg. Nicht so gut. Ne, ist ein Lohg. Das sah so groß aus von unten. Ein Hase. Das kenne ich. Warte mal, ich muss mir mal den Bogen nehmen. So. Ist doch besser. Ein Vogel, den Morgen. Oh, du Hasenjäger. Oh, oh, Besuch, Achtung. Aber nur einer, nur einer. Ne, Achtung, Scheiße, wir müssen wieder ins Wasser. Huch. Wo ist der? Ja, ins Wasser. Scheiße. Was ist das für eine blöde Tageszeit hier? Die rumgerannt? Ne. Ne, geht ja gar nicht. Oh, das sind so viele. Habe ich keinen Bock drauf. Echt. Scheiße. Na gut. Pfeil und Bogen. Was soll's. Äh, warum kann ich nicht zielen? Was geht das? Äh. Hab ich ihn getroffen? Ne. Warum geht das mit dem scheiß Ziel? Oh, Achtung. Ui, hau ab. Arschloch. Oh, er hört das. Jo, lach du mal. Oh, der hat. Der hat ein Pfeil im Oberschenkel. Na, er ist getriggert. Äh, gott, getriggert. Au. Ah, fuck. Mann. Das war doof. Das war richtig doof von mir gerade. Echt. Eine Reaktion von so einer alten Oma. Ja, aber wirklich. Scheiße, ich muss Medizin fressen, sonst geht's mir gleich gar nicht mehr gut. Stimmt. Aber die sind doch echt stark, Mann. Warum sind die so stark? Ich glaube, das bringt nichts. Du weißt ja, immer. Vor allem hat der Leuchtehände, da hat der Typ. Was hat der? Die Hände leuchten von dem. Die Henkel. Was für Henkel? Hände. Ach, Hände. Ach, stimmt. Der hat einen Molli in der Hand, oder? Ne, ist keiner, oder? Ähm. Guck mal, der ist unter Wasser hier. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Die kommen mir nicht so nah ans Wasser, das gefällt. Scheiße, 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 scheiße. Oh, beinah. Ich kann nicht mal wieder Medizin fressen, das geht so schnell hier. Schade, dass man aus dem Wasser raus nichts werfen kann, oder sowas. Das ist echt doof. Ja. Ah ja, eigentlich auch logisch, weil, wenn man schwimmt, kann man nichts. Tja, ich glaube, das taucht nichts hier. In der Hoffnung, dass die verschwinden? Waren haben sie? Was? Bleiben wir hier unten. Bleiben wir unten. Ja, okay. Du bist so verschwommen, ist kein Sinn. Hallo. Okay, tauchen wir auf und gucken, ob sie weg sind. Ja. Ne. Ne, ne. Nochmal runter. Ne, die stehen, also ich glaube, das bringt nichts. Aber jetzt können wir ein Stück vor und die nochmal ein bisschen beschießen. Ja, ich muss aber erst mal Medizin fressen, weil ich bin echt so ein bisschen am... Ja, ich laufe auf Reserve, glaube ich. Das ist so ein bisschen... Ne, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hm. Was sind hinter uns eigentlich? Die sind weg, oder? Ne. Die laufen runter, aber das sind weniger. Ich schwimme mal auf die andere Seite, mal sehen. Da läuft einer am Strand. Ne, da ist noch einer. Ah, scheiße. Oder sind das zwei? Ne, da ist nur einer da hinten. Ich meine, das... Ne, sind wir noch hier links weiter. Wo ist denn links? Ach, da bist du. Ich bin auf der anderen Seite gerade, warte mal. Ich muss das mal Medizin fressen, weil sonst... Wird's echt kritisch. Hier beim nächsten Schlag bin ich gleich platt. Ey, das ist doch... Ne, jetzt nicht. Doch, da ist, äh, äh... Thrombosen-Jonas, aber das ist ja Quatsch. So. Der hat mich noch nicht entdeckt, hier der Heini da hinten. Eigentlich könnte man es hier rum versuchen. Zu dem anderen Dorf zu kommen. Ja, hier geht auch, glaube ich. Theoretisch, wo bist du denn? Bist du im Wasser oder bist du draußen? Ne, warte. Hier. Ach, warte mal, ich komme... Ja, ich komme auf der anderen Seite lang. Ich sehe dich. Ja. Solange mir keiner folgt. Ach, das verstehe ich nicht. Dass die so überpowered sind, jetzt eigentlich. Ja. Kommen die her? Ne. Ne, ich glaube, momentan verziehen sie sich. Naja, die laufen da. Spalier... Äh, Quatsch, äh... Patrouille oder was auch immer das sein soll. Hm. Oh, ich mache mir erstmal ein paar Pfeile wieder. So, wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch... Oh, fünf. Ist ja nicht so dolle. Was war das nochmal? Was war da nötig nochmal? Verdammt. Federn und, ähm... Ah, äh... Ah, eigentlich fünf Federn. Oh, Glück gehabt. Ja. Mehr kann ich auch nicht basteln. Man muss erstmal reichen. Oh, oh. Ich höre was. Achtung, ach du Scheiße. Dick. Komm weg da. Da ist Gollum. Alter Spacken. Meine Fresse. Das wird doch noch dunkel. Also, das ist echt... Pfff. Ja, der kann jetzt dran glauben, oder? Das kannst du wissen. Ja. Zuck was ab bei da hinten. Oh, der war... Oh. Ich habe mal Arbeit getroffen. Ja, der ist... Ist der platt? Nö. Warum... Warum stören die nicht bei sowas? Mann, warum schieße ich zu tief, ey? Das gibt's doch nicht. Äh... Huch. Ich verstehe es nicht. Äh... Scheiße. Drei Pfeile verschossen. Verdammig. Pass auf, der ist hinter dir. Da, genau. Das hat nichts mehr genützt. Bist du noch da? Hallo. Ich bin noch da. Okay. Aber jetzt... Ja, gut. Den haben wir jetzt erledigt soweit. Äh... Wir nehmen ihn mal mit. Ja, zum... Für ne Rüstung vielleicht. Äh, das ist bloß die Frage. Ähm... Ja, weiter zum Dorf, oder? Das ist noch ein Stück. Hinten rum. Ja, ich bin fast wieder zu Hause, aber... Ja. Wenn ich sieh, ist schon wieder unsere Treppe. Ja, ja. Ja, das ist echt Mist. Vielleicht... Was ist das hier? Ich könnte es aber auch nicht ausrüsten ohne Knochen. Das ist ja mal eine Strophe. Ja. Warum kann man nicht einfach Tierknochen nehmen? Das ist echt, äh... Mysteriös, ja. Warum man das nicht... Ja, das wäre ja wahrscheinlich zu einfach. Wir gehen mal nochmal nach Hause, oder? Ja. Missionsabbruch? Ja, sozusagen. Ist doch Mist. Es muss doch... Warte mal, ähm... Gibt es nicht eine Möglichkeit, ähm... Ähm... Sag schnell... Rüstung zu bauen, ohne dass man erst, ähm... Einen Haufen Leute kennen muss dafür? Diese... Stealth-Rüstung, aber... Die bringt ja nichts. Hm. Das ist echt mies, weil du kommst echt nicht weit. Also wenn du keine Rüstung hast, hast du gerade keine Chance. Vergiss es. Nee. Dann kommt überhaupt noch uns vorhin. Nee. Ich meine, es ist ja eigentlich schlecht, dass die... Dass eine gewisse Herausforderung da ist, aber... Wenn du nicht mal hier... Deinen Gartenzaun hinter dir lassen kannst, weißt du, ohne dass du irgendwie vorwärtskommst... Ist das echt ein bisschen... Guck mal, die Lampe steht noch da oben. Ich... Die Lampe? Welche Lampe? Ach, tatsächlich. Ein Licht im Wind. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ein Glühwürmchen. Oh, nö. Oh, ich renne. Ich renne. Ist mir zu blöd. Ich renne ins Wasser. Tschüss. Na, mit dem... Mit dem Hain ihm hat... Ja, kommst du nicht hoch. Komm. Ja. Oh, gerade so. Komm ins Wasser. Du bist noch zu nah, Drahan. Aua. Siehste? Aber ich war doch schon am Schwimmen. Ja, aber die springen auch teilweise rein. Also bis zum... Bis zur Hüfte oder sowas. Und dann... Es reicht. Ey, das ist doch nicht... Warte mal, ich nehme jetzt... Los Cap'n Segos hier. Mal gucken, ob ich da Glück habe. Was soll's? So doof. Möglich. Möglich. Boah. Aber die haben mich trotzdem gehittet. Warte mal, ich... Es ist nur einer, oder? Ne, ne. Es ist drei. Das ist gut. Einer ist platt. Oh, oh. Das ist lustig. Ich bin hier im Wasser. Scheine, wenn ich... Oh, krass. Na ja, so richtig schaden. Macht die aber auch nicht. Äh. Oh, ist platt. Warte mal, ey. Wie süß er, wie ist leer. Ich muss mal nachfüllen. Wenn ich es irgendwie schaffe jetzt gerade. Wie lange hast du noch Zeit? Hey. Jetzt ist er platt. So. Oh, hier ist noch einer. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. So. Oh, bin ich voller Blut? Hier ist noch irgendwo einer. Ich hab... Ich hör irgendwas. Das bin ich. Kann auch sein, ja. Nehmen wir den Spacko mit hier. Wir machen hier ein Feuer. Das können wir hier auch machen, ja. Das ist eine gute Idee. Hier müsste eigentlich drei Leute rumliegen. Ach, hier. Gut, na, dann können wir wieder gehen. Ja, dann hoch. Ne, ne. Ich ess erstmal den Fisch, den ich in der Tasche habe. Den werde ich mal verzehren. So. Und aus dem Troge trinken... Ähm, ja. Die sind leer. Ne, nicht ganz. Hier, Trauer. Huch. Hast du noch was zu trinken? Ansonsten muss ich... Weiß nicht, wie machen wir das? Ich hab jetzt grad den Trog leer gemacht. Bauen wir ein Essen. Achso, ja. Okay. Ich hab noch was. Das kann ich eigentlich nicht geben. Ne, ne, ne. Ich wollte... Ich hätte jetzt dir was gegeben. Ich hab noch meine Flasche voll. Achso. Ich hab eigentlich mehr Hunger. Ähm, ich hab... Hier ist noch Fisch. Hier ist noch so ein Bein. Lecker, lecker Bein. Wir müssen wieder jagen. Lass uns schlafen und jagen gehen. Ja. Machen wir so Kanickel? Ja, nöch. Keine Kinder gezeugt hier? Ist ja auch doof. Ich denke, da sind Rammler. Rammelt doch endlich, ihr Schweinewolligkeits-Obschlein. Achso, ja, natürlich. Warte mal. Egal. Speichere ich nochmal kurz vorher. Schlafen. Schlafen ist eine gute Idee. Okay, Moment. So. Zacku. Oh, das passt ja. Wunderbar. Das passt ja. Genau. So, wie sieht der Machen aus? Ähm, ja, ein Drittel. Also, zwei Drittel leer. Hm. Dann ess ich das Bein. Du isst ja kein Bein, oder? Hast du gesagt. Das stimmt. Dann ess ich das. Ich nehm dir mal das Bein. Ich nehm ein paar Blaubeeren. Und das heißt gar nichts. War lecker? Ja, nicht wirklich. Aber es hat ein wenig Fülle gebracht für den Magen. Also muss die Arme gehen. Dann jagen wir, genau. Oh, was hat geschlossen? Ja, na klar. Deswegen wurden wir auch nicht überraschend empfangen hier heute Nacht, wo wir nach Hause kamen. Soll ich mal durch diese Dings hier laufen? Ach, sag mal, die wurde ja. Ach so, die aufgebaut. Ich hab die denn, ich hab gar nicht mitbekommen. Ja, eigentlich müsste man mal einen Test machen. Aber ich würde vorher speichern vielleicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt auf uns auch reagiert hier. Wen kann man da eigentlich mit fangen? Oh. Ja, das funktioniert. Hast du Schaden genommen? Nee, zum Glück nicht. Okay. Wie baut man den hier wieder auf? Ähm. Ah, okay. Nur mit einem Stick. Dann baue ich den hier wieder. Was sagt eigentlich unser Fallhaber? Kaninchen? Nee. Jo. Unsere Zeit ist aber abgelaufen gleich. Was heißt gleich? Ja. Oh. Ist mal wieder Zeit für ein Päuschen. Ja, leider. Zeit vergeht. Wie im Fliech. Das stimmt. Watz, watz. Schneller wie den Wind. Ach, das war wieder eine Folge, ey. Ein bisschen deprimierend war sie ja. Nicht wirklich erfolgreich, ja. Ist ein bisschen schade, eigentlich. Null. Null Erfolg. Null Erfolg, ja. Wir bräuchten Stoff, um unsere Bahn, um unsere Rutschbahn zu beendigen. Zu beenden. Zu beendigen, ja, Mann. Naja, egal. Ja. Ja. Dann würde ich sagen... Oder beides halt. Ja, oder beides. Richtig. Richtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir machen uns natürlich nicht ohne euch auf den Weg in der nächsten Folge zu... Pfff, sowas eigentlich. Ja. Zum Stoff sammeln. Spannend. Wir brauchen einfach nur Stoff. Wir brauchen... Genau. Wir brauchen Stoff und... Lecker, lecker Wein, schön. Den werde ich mir... Obwohl, nee, die Flasche ist leer. Scheiße. Naja. Macht nix. Schon wieder. Ja, genau. Ja, macht nix. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Forrest. Mit dem Maximum... Ja, hi. Moin. Der fand der aber richtig gut. Das ist doch scheiße. Das müssen wir nochmal neu machen. Nee, das ist doch scheißegal. Lass doch. Nee, das lass doch nicht. Ja, okay. Dann machen wir mal. Ah, scheiße. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Nein, bitte nicht. Das muss ich nochmal wiederholen. Ja. Da gibt's nichts zu lachen. Nichts zu lachen. Ich lache nur. Ich tue nur so. Ja. Ja. Ich tue nur so.